Hallöchen und herzlich Willkommen zu einem Let's Play Together von Sniper Elite 3. Cyrus und ich, wir werden jetzt mal versuchen, uns so ein bisschen was durch die Mission zu quälen. Wir spielen komplett blind und ja, schaut's euch doch einfach mal an. Ich warte, ich bin bereit. Ach, das startet selber. Musst du auf bereit klicken. Belagerung von Dobruk. Oh, umsichtige Schüsse. Verwende Lärm zur Geräuschmaskführung. Mhm. Oh, Sirene ist gut. Ballern, ballern, ballern. Ich hab realistische Kugeln eingestellt. Das ist auch unrealistische Kugeln. Das heißt, die haben eine Flugbahn. Du kannst dich direkt gerade auf einen schießen und dann muss ballistisch schießen. Ah. So wie bei Wolfgang da vorhin. Ey, voll der Kriech und der muss erst mal seine Waffe da zusammenbasteln, oder? Alles explodiert. Wir brauchen Heckenschützen an der Mauer. Ach, jetzt erst? Oh, eine Kugel. Ja. Muss reichen. Muss reichen. Oh, das war falsch. Ich bin irgendwo... Ich kann nicht mehr aufstehen. Das ist Pech ja, oder? Ja. Schutzwelle. Meine Güte, Scheppert ist hier schon. Schuss kommt. Zeitlupe. Yo. Für mich auch. Achso, mein Schuss auch in Zeitlupe. Boah, schade. Nicht ein Pferdreue getroffen. Das ist die Lungen gelaufen. Ich glaube, er wird ein bisschen Probleme mit dem Atmen haben jetzt. Ach, er hat noch einen Lungenflügel. Achso. Nein, ich komme gar nicht zum Schießen. Gerade an, wie sie jetzt über Kugeln und so, dann... Mann. Durch Hände, durch Hände, oder? Ins Auge. Also müsst ihr theoretisch auch, dass wir Anleitze getroffen haben, wenn es durchs Auge geht, oder? Oh, es ist noch einer. Zumal kann ich nicht gucken. Oh, was ist denn da? Nein, wir sollen ja hin gehen. Achso. Ich hätte damit auch drauf geschossen, wenn ich hätte hin schießen können. Ja, vielleicht sollte man doch nicht eingehen. Ich glaube, das war daneben. Ich habe gar nicht geschossen. Ich glaube, das war auch daneben. Ey, wie weit ist der denn weg? Ha! Ich weiß gar nicht, wo ich hin schießen soll. Ich schon. Ich habe nicht was rausgefunden. Hey, Schauts! Das war nicht das Auge. Ne, war leider ein bisschen so. Lies sich aber auch nicht so einfach einschätzen auf die... ...woa, woa, 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 Entfernung. Mein Gehüte. Ziemlich laut. Ja, ein bisschen, ne? Oh, guck mal da, das warst du vorhin. Da, 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 da. Ja, ist er denn. Was? Was? Fynn, das ist ein riesen Fahrzeug zu markieren. Nee, der schießt hier drauf. Wie ging das denn mit diesen Videos? Ah! Was hast du gemacht? Ähm... Markiert? Ich hab auf das Fahrzeug geschossen. Oh. Bei dem Trailer hab ich gesehen, irgendwie irgendwas, dass du schön auf den Motorblock schließen kannst und so. Wie? Du bist verletzt! Wo ist der Verbandskasten? Wende Kuh... Quertaste drücken... Äh... Ein Fliegel rübersprungen. M für Karte. Ey, hämtsch! M für Karte! Was ist der BQM? Ich hab' zuerst, ich hab' zuerst. Was ist BQM? Was? Ach... Sichtbarkeit, ne? Ach... So, ist's time! Schau dich ihr guck dich an! Oh Mann! Du stößtest das Henspray! Er b... was war ich auch die Gegner sind auf einfach eingestellt so okay ich glaube ich hab's gemerkt ich schau da oben beim Lesen irgendwie doch mann da gehen auch keine Lille ab Achtung wir sind hier bekannt dass wir vielleicht hier sind so können wir das Ding benutzen wie kann ne wie ne scheiße da gibt's nur nie wo musst du auch hin äh ich hörte mal sagen da wo die Feinde sind ja das sind so viele Markierungen irgendwie hier 26 Meter 49 Meter ist da jemand habt ihr das gehört habe ich mir gesagt ach der ist direkt hier im Zelt so ach so ja ich seh' ich gerade daneben aus der Entfernung daneben das ist ja wirklich ne du hast daneben geschossen nicht ich ich hab gar nicht geschossen ich hab mit einer Maschinenpistole geschossen ne er erschossen ne das war ich doch das war ich doch was ist doch diese kurzen inblendungen da inblendungen ey wofür ey wofür nicht hier ist das das war ich ich meine wir können natürlich auch leise vorgehen ne wie bitte weißt du was na ich glaub nicht jetzt wissen die Feinden wo wir waren so ne die Markierungen da auf der Mini Karte ob er die Markierungen da verankt auf der 90 25 22 23 23 Hilfe! Was jetzt? Wer hat das trocken? Hey, steh auf mit deinem nochmal! Hilfe! Was? Hilfe! Wollte ich gar nicht! Noch ein Hütter! Und bleiben! Ey! Achso! Was ist denn so krass mit dir? Ich weiß nicht, wie es denn die Typen hier! Hoppla! Ich hätte neue Aktion! Ja, ich hab irgendwie... Weiß ich nicht... Da ist ja noch einer! Meiner! Soll ich gerade Messern hier! Wirf Messer! Oh, guck mal ein Bämmchen! Daneben, daneben! Okay! Wie geht denn das jetzt? Was denn? Ich würde jetzt weglaufen, ne? Hä? Ich... Ich würde mal behaupten, du hast uns umgelegt! Haha! Ich hab doch ges... Ich hab doch gesagt! Guck mal, Granate! Ich würde jetzt... Wo bist du? Sass ab! Am Bluten! Wie kann ich hier in die Eier treten mit welcher Taste? Pass auf! Pass auf jetzt! Okay! Hehehe! Jetzt aber! Granate! Ich lauf jetzt mal so schnell weg! Wo gibt's denn hier, Muni? Hä? Munition! Aminition! Granate! Jetzt ist er weit genug weg! Und was hab ich aufgen... Verbandskasten hab ich aufgenommen! Ja! Was ist denn das denn für'n Sobol hier? Da ist so'n... So'n U... Da ist der Turm! Das... Wird wahrscheinlich der Turm sein! Ja! Ich hab irgendwas auf dem Turm! Ach, wer hat das? Ah! Was auf dem Turm! Vermute ich mal, oder? Ne, kann man nicht benutzen! Ich schieße hier! Ich schieße hier! Aber die Waffe hier vielleicht, oder? Ich hab Waffe! Hat sie da? Ja, hier so! Ah, guck mal hier! Scharfschützenstellung hier! Cool! Ach, gehen wir wieder! Ähm... Versteckt er in mir drin! Echt? So lange ich's nicht bin! Wir müssen schon! Geht, geht! Ja! Also klar... War so klar... Wenn so'n knallrot leuchtet... Toll! Über'n Spalt springen! Nicht so toll geklappt bei mir... Ich war da hinten im Lager drin! Na, ich bin noch weiter gerannt ... Ich hab's gemerkt... Ja! Ja! Die Panzer sind auch One-Hits, ne? Cool. Jetzt fängt das Spiel schon an. Mhm. Ja, mit dem Panzer habe ich ihn gehört, dass da irgendwie einer lenkt ab und der andere schießt den Arsch. Ja, jeden Treibstoff-Tank reinschieße. Oh, der Wungeschaft freigeschaltet. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nur 375, und du? 425. Ja, ich stelle mich vorhin. Acht Feinde durch Stealth-Abschlüsse geduldet... Ja. Nein. Drei Stand und Wechsel kein Feind markiert. Acht Kills. Mhm. Das ist wahrscheinlich für uns beide was, ne? Wir sind weitergeklugt. Ja, 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 ja. Spähtrupps und Kommandeure reißen hierdurch, nebst Geheiminformationen. Ich habe den Schutz der Dunkelheit auf meiner Seite. Ein paar Offiziere sind in der Gegend, darum beginne ich hier mit der Suche. Okay, diesmal gehen wir wirklich ein bisschen leiser vor, okay? Weil er gerade wirklich nur, äh, Massaker. Äh, ein bisschen, ja. Wenn er hier gewesen ist, hat er eine Spur hinterlassen. Und ich werde ihn finden. Drei Scharfschützen-Nester gibt es. Werden da Scharfschützen ausgebrütet? Neuer Gegenstand. Was? Steht unten links, Alpha. Ah! Überwaffenung. Neuer Gegenstand. Bearbeiten. Was haben wir denn? Oh, Granate. Granaten und Verbandskasten. Ja. Also quasi das. Nur Scharfschatten. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, aber ich habe Granate aufgenommen und ich habe Verbandskasten aufgenommen. Das weiß ich jetzt. Oh, es gibt verschiedene Fadenkreuze. Deutsches A1 Spezial, Deutsches A1 Weit, Fein. Also ich bin bereit, und du? Ich war bereit, aber dann hast du gesagt, neuer Gegenstand. Ja, steht immer noch da. Guck mal, neuer Gegenstand. Ne, bei mir nicht. Doch. Halte die Luft an, um besser ziehen zu können. Ja, sieht zwar aus, als wäre er an der Stickenwehr. Ja, sieht zwar aus, als wäre er an der Stickenwehr.